Nach LKW-Sturz von Brücke, so ist die Lage auf viel genutzter NRW-Bahnstrecke. Kerpen, knapp zwei Tage nach dem Sturz eines Lastwagens von einer Brücke auf die Gleise ist die wichtige Bahnstrecke Köln-Aachen an der Unfallstelle größtenteils wieder frei. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist neben den Gleisen für S-Bahnen und Regionalzüge auch ein Ferngleis wieder befahrbar, das wechselseitig für beide Richtungen genutzt werde. An dem zweiten Ferngleis finden demnach noch Reparaturarbeiten statt. Es könne dadurch nur noch zu kleineren Verspätungen im Fernverkehr kommen, sagte eine Bahnsprecherin. An einem Bahnhof in Kerpen-Westlich von Köln war am Freitagmittag ein Lastwagen von einer Brücke auf die darunter liegenden Gleise gestürzt. Züge sind von dem LKW glücklicherweise nicht beschädigt worden, als er von der Brücke plötzlich herabgestürzte. Auf der wichtigen Bahnstrecke fahren neben S-Bahnen und Regionalzügen auch IC-Züge und Eurostar-Züge. Züge sind von dem LKW glücklicherweise nicht beschädigt worden, als er von dem LKW glücklicherweise nicht beschädigt worden. Züge sind von LKW glücklicherweise nicht beschädigt worden, als er von LKW glücklicherweise nicht beschädigt worden, als er von LKW glücklicherweise nicht beschädigt worden.